jetzt aber dunkel wollte ja nicht schlafen okay scheinbar nicht jetzt habe ich mich erschrocken aber die musik hat einfach nur angefangen warum ist die musik plötzlich aus randale aber richtig fettes hähnchen warum wie kann ich meine waffe ausrüsten kann ich die irgendwie um ändern ich hatte einen stock ich würde mein stock wieder naja gehen wir mal zu dem hier ritter saison was solltest du sagen wenn es möglich wäre dass du am turnier teilnimmst du hörst dich an wie ein händler und zwar ein schlechter wenn es nach mir geht dann hast du die dicksten eier im ganzen königreich wer wenn ich du schafft es mit irgendwelchen ritter allein fertig zu werden ich beende gerade den plan aber ein schritt nach dem anderen verschwinde jetzt der chef hat dich ausgesucht und scheint es scheint dringend zu sein lass uns später an der brücke treffen und in meine facke mit es ist heute irgendwie verdammt dunkel ja es ist nacht ja okay mein freund ich gehe ja schon ich habe einen stock stock wieder juhu ist der ob es offen kann ich dir verprügeln wenn ich den jetzt haue ist bestimmt nicht so gut oder ups okay man wir lernen man sollte den questgeber nicht töten auch in diesem spiel ups ja okay das überspringe ich jetzt mal kurz okay drücke nach oha hier kann ich waffe wechseln wir haben eine fackel ich jetzt fort der wenn ich die waffe wechselt er rülpst er fort okay geil ja warum nicht fakalienhumor der geht immer ob sie nein ich tue kein ich tue kein kühn weh wo stöcke stock wurde zum inventar hinzugefügt stock befindet sich bereits im inventar was ist wenn ich den haue du hast ein hufeisen was das ging gerade so schnell ich sollte hier weg da ist ein wanted plakat warte mal wenn ich gegen den kämpfe geht das ich habe ein schwert fuck aber die suchen mich schnell weg hier nein da kommt einer verfluchte scheiße ja es werden immer mehr fak 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 ok ich muss auf meine stamina achten fak 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 renn mein jung renn wie kann ich die abhängen ist hier pause ja hier ist pause wenn ich hoch gehe und durch das pimp my raid gehe und wenn ich da wieder zurück gesetzt ich probier es komm renn oh fuck scheiße komm wir haben es gleich geschafft er rennt echt gut zack zack bam bam nein wir werden nicht zurück gesetzt verfolgen die mich immer noch hey komm zurück wenn du geld hast wollt ihr mich verarschen ach scheiße ich muss sie irgendwie abhängen na es kommen immer mehr warum kommen denn immer mehr ja ja ich habe es kapiert ich muss erst geld holen meine waffe ist weg ich habe keine waffe mehr nein 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 wie wäre ich das wieder los scheiße ach ich finde keinen weg ja 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 hier durch ich bräuchte geld für pimp my raid warte da ist ein hufeisen das will ich haben nein ich kann es nicht aufheben wenn ich auf dem pferd bin äh ungünstig komm schon schlag du nein es war so knapp okay ich sollte keine menschen töten wenn ich gerade unterwegs bin blablabla blablabla blublabla okay wir sollten niemand töten wenn wir gerade unterwegs sind das wäre sinnvoll aber jetzt ist das hufeisen hier weg okay Aber ich hatte da unten noch was gesehen. Und ich hoffe, dass es immer noch da ist. Aber Platz, ja. Ach, jetzt ist das gar nicht mehr. Ich werde nicht gesucht. Du wirst zur Zeit nicht gesucht. Wenn ich gesucht werde, muss ich dann zu so einem Plakat. Kann das sein. Weil, das wurde mir angezeigt auf der Karte, wo ich gesucht wurde. Hm. Okay, ich würde gerne mal zur Brücke rüber, weil da war noch so ein Hufeisen. Und das Hufeisen brauche ich ja bestimmt, um meine Fähigkeiten zu machen, oder? Ja, verfügbar null. Ich will mal... Das stand nur so kurz da mit dem Hufeisen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich gucke mal. Guck mal hier, ich nehme mal Pferd mit. Danke. Kriegshuf. Gesundheit. Boah, wie das. Chop, 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 chop. Kräftiger Bursche. Komm, schneller, mein Junge, schneller. Alter, ist der langsam. Aber kräftig. Der hat bestimmt ordentlich Energie. Oh, vorsichtig. Wenn ich gegen die fahre und, äh, also reite, besser gesagt. Guck mal, hier haben wir noch... Ja, ich stecke ab. Zwei Hufeisen gesammelt. Sammle noch drei Fähigkeiten. Ah, okay. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Gut. Wo müssen wir hin? Da hin. Hepp, 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 hepp. Müssen wir schon wieder zu Pimp My Ride? Äh, Horse, meine ich. Ich hatte vorne ein Schwert. Ich hätte mein Schwert, ich hatte, also das Schwert hätte ich gerne wieder. Muss ich mal so sagen. Hier muss man hin, war? Es gibt Arbeit. Ich möchte, dass du dich um einen weiten Ritter kümmerst. Soweit ich weiß, rastet er im nahegelegenen Wald. Entferne ihn. Was soll das? Jagd zu Sonnhof Ritter. Kümmere dich um einen Kram, geil. Nimm das hier. Du wirst es mehr brauchen als nur deine Fäuste. Oh. Oh. Okay. Schieße mit der Armbrust drei Puppen an. Halte R gedrückt, um zu zielen. Bewege dich nicht, um nachzuladen. Bewege R, um zu zielen. Aha. Und... Wie schieße ich? Ah. Oh Gott, dauert das lange. Um Gottes Willen, dauert das lange. Nein, daneben geschossen. Oh, das wackelt aber ganz schön. Glückwunsch. Du hast die Puppen getötet. Nun ist der Ritter dran. Okay, wir haben eine Armbrust. Wo ist der scheiß Ritter? Da oben? Ja, da reite ich hin. Aber guck mal hier. Nimm die mal mit. Acht Munition erhalten. Sehr gut. Meine Leute haben bereits einen Wagen für die Leichte bereitgestellt. Sie stehen unweit des Lagers. Transportiere den Leichnam zum Totengräber, wenn du fertig bist. Ja, okay, Junge. Ich bin zwar immer noch voll besoffen, aber das passt schon. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Okidoki. Rich. Ich kann sogar hier schießen. Das ist ja cool. Okay. Ich bin ja mal gespannt. Gehen wir aus dem Weg. Arschloch. Das ist wieder eine Wanted-Liste. Ist das ein Ritter? Nee. Mit dem Pferd hört er mich doch auf tausend Meter. Tausend Millionen Meter. Oh je, wo ist der? Ach. Schön vorsichtig, schön langsam. Okay, das muss er sein. Hey, jeder. Haut ab. Ciao. Was zum... Was hat mein Schildknappe verbrochen? Wenn dich das tröte ist, dann solltest du eigentlich so sein. Ich bin bloß total besoffen und... Uiuiui. Mein Kopf tut weh und alles ist... Oh. Ja, lad in Ruhe nach. Klar, kein Problem. Okay, ich muss auch richtig stehen. Ich seh's. Der hat ein Schild, der Arsch. Kriegen wir gleich hin. Kriegen wir gleich hin. Wir haben's gleich. Oh. Mensch. Komm, haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Ach, wie das Schild. Komm. Pferdchen. Mein Pferd reitet nicht mehr. Oh. Ich konnte mein Pferd nicht mehr bewegen. Puh, das war knapp. Okay, Pferdchen. Alles gut. Bisschen Gold haben wir gekriegt. Was tut er da? Hä? Hat mein Controller in der Macke oder was? Das war grad super strange. Okay. Ich glaub, mein Controller hat ne Macke. Ja hier, der hat Stickdrift. Oh je, ich glaub, ich muss mir mal einen neuen Controller holen. Gefällt mir gar nicht. Ich müsste mal gucken. So lange hab ich die Playstation noch nicht. Soll ich den Controller vielleicht mal äh... Ich krieg die Waffe. Oh, wir haben ein Schwert. Geil. Cool. Das unzerstörbare Fass. Oh, ein bisschen was zu essen. Schön. Noch was zu essen. So, wo ist der Leichenwagen? Geil, wir haben ein Schwert. Finde ich gut. Den sollte ich mit... Den sollte ich mit dem Pferd holen, oder? Oh, hier. Hi, Kollegen. Ich leih mir den mal aus. Oh. Na, zum Glück sind die nicht böse auf mich, wenn ich die anfahre. Ja, ich hab halt schon, ne? Bisschen was getrunken, heute. Junge, Junge, Junge. Oh, da hast du ein Schwert. Moment. Oh, Verzeihung. Ich putze mir mal ganz kurz die Nase, ihr Lieben. Moment. Oh, Junge, Junge, Junge. Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte doch absteigen, so, okay, ich habe schon ein Schwert, überfahre ihn einfach, nur zu, okay, wir überfahren ihn, das ging schnell, na dann auf zum Totengräber, wenn ich den Weg finde. Oh, da kann ich hier noch was mitnehmen, nö, Munition ist voll, alles klar, ich würde mein Pferd gern mitnehmen, aber scheinbar darf ich nicht. Okay, wo ist denn der Totengräber? Da drüben. Ja, easy, kriegen wir hin. Auf geht's, Plötzen, auf geht's. Ach nein, ich bin ja besorgen, auf geht's, Plötze, auf geht's. Fuck the King. Stehe da dran. Oh, da ist ein Schild. Warte, 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 das hole ich mir schnell. Nein, falsche Taste. Geil. Mach das, der mal rumfurtzt. Jawoll, jetzt haben wir ein Schild. Wie geil. Nicht voll gut. Komm ich hier irgendwie rein? Na, die Fässer kaputt machen wir. Perfekt. Was ist das? Was ist das hier? Ich will's haben. Ich krieg's nicht, schade. Na gut, dann fahren wir zum Totengräber. Mal gucken, ob wir den finden. Uiuiuiuiui. Gar nicht so leicht, ja alles. Ui, gerade fahren. Dün, 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 dün. Schöne Musik. Oh, Entschuldigung. Immer diese Straßengesundheit. Uiuiuiuiui. Vorsicht, bitte. Hin und her und hopp und hopp. Uiuiuiuiuiui. Das ist nicht so einfach, ne? Ach, scheiße. Ich muss noch weiter rum. Saddam, wie komm ich denn da hin? Äh, nicht festhängen. Nein, 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 nein. Na, ja. Okay. Dann hier lang? Okay, hier geht's. Richtig so leicht hier mit dem Fahren. Hin und her. Ja, gerade zurück. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hier ist es. Einmal rum. Nun, eine erstklassige Leiche. Immer noch so frisch. Immer noch so tot. Was machen wir? Vergraben und vergessen? Wie immer. Keine Fragen, bitte. Ich bin immer noch viel zu bedrungen. Und wenn du irgendwann wieder Geld brauchst, dann spring auf den Wagen auf und liefere mir ein paar neue Leichen. Oh, nett. Leichen bringen, okay. Einfach ermorden und dann hinbringen. Ja, so einfach ist das gar nicht, wenn die Bullen dann sofort kommen. Schwierig. Okay. 200 Gold. Quester abgeschlossen. Jawohl. Jo, wir sind der Rastler. Und nicht der Bastler. Check das Audio. So, 4. Geil, verliert seine Waffen nicht. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das fände ich auch ganz nett. Weil das Bullenproblem, das wird hier, glaube ich, schwierig. Stellt pro Sekunde 1% der maximalen TP wieder her. Regeneration. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich spare aber mal lieber. Ich spare auf das Fahndungslevel. Minus. Ich glaube, das ist besser. Nimm mal... Ja, hier, nimm mal deinen Stock. Das geht schon. Da geht's auch. Okay. Komm. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, was sind das hier? Pferderinnen? Sieht aus wie Pferderinnen. Steh nicht drauf, was das rote Haus heißt. Ach, das wird mein neues Zuhause, oder? Doch, hier, Pferderinnen. Da steht's. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Der grüne ist der Speicherpunkt. Der rote wird ein neuer Speicherpunkt. Mittelalterliche Kampfkunst ist die Faust. Pimp a Horse ist der Pinsel. Neuer Hauptquest ist... Äh, ja, Quest. Und Pferderinnen sind die... Rennfahren, sozusagen. Aber ich würde zur Quest gehen, würde ich meinen. Weil wir haben gerade kein Pferd. Also... Wird das schwierig mit... Einfach mit der Faust durchgeboxt. Wird das schwierig mit Pferderinnen? Machen wir Platzsaunen. Ja, ich will hier durch, Junge. Night Shit in Armor Pants. Okay. Und was das hier ist, würde ich gerne wissen. Oh, Gott. Geld! Ja, klar. Ja, wir müssen alles kaputt machen. Noch mehr Gold. Einwandfrei. So ist das gut. Fuck the King! Ich könnte ja mal ein bisschen rennen, hä? Da würde es schneller gehen. Oder ich hätte mir ein Pferd mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Ach, hier sind wir wieder. Oder nehmen wir doch das Pferd hier. Plötze! Läufer. Läufer. Naja. Der macht schon ein bisschen schnelleres Tempo. Nett. Vorsichtig, Freunde. Vorsichtig. Ja, Hauptquest. Machen wir mal. Ich stelle mal den Gaul hier ab. Kein Parkplatz frei. Mist. Oh. Verzeihung. Was ist das? Ein Geschenk? Ein Riesengeschenk? Wenn wir an dem Turnier teilnehmen möchten, müssen wir über die Brücke. Das ist der einzige Weg in die Hauptstadt. Oh, Junge. Und wie willst du das anstellen? Nur der Adel kann über die Brücke passieren. Ich kenne einen Typen. Er ist wie ein Hexer. Er kann jedes Dokument fälschen. Auch das Zertifikat des Adelsstandes. Mit solch einem Wisch könnten wir auf die andere Seite gelangen und das Turnier gewinnen. Oh, Junge. Ich bin mir nicht ganz sicher auf, dass wir dabei keinen Scheiß bauen werden. Schwierig, ne? Ach, halt die Klappe, Klugscheißer. Finde einfach, John. Der Typ ist Bade. Er nimmt dich mit zum Fälscher. Und nimm dein Schwert mit. Und vielleicht auch den Schild. Ich habe da so eine Forderung, dass du in Begleitung von John gebrauchen könntest. Hm. Okay. Was ist das hier? 9, 7, 6, 7? Hier gibt es nichts, Bürger. Die Brücke ist nur für Adelige zugänglich. Mach dich aus dem Staub. Okay, ich gehe mal lieber. Ist ja gut, mein Freund. Jetzt kriege ich noch Stress hier. Essen. Okay. Gibt es hier was zu futtern? Ist mein Pferd noch da? Ratte. Stirb. Stirb, Ratte. Oh. Vorsicht, nicht den Baden töten. Sonst kriege ich gleich wieder Ärger. Okay. Wo ist der Scheiß Bade? Da oben. Na los. Dass die hier alle rumrotzen müssen. Ekelhaft. Verzeihung. Ja, ich habe es noch nie so mit dem Reiten. Nicht alle so einfach. Ah, ich bin richtig. Okay. Achtung. Heiß und fertig. So. Mensch, hört doch mal auf hier rum zu rotzen. Ist ja ekelhaft. Schönen guten Tag. Aber wo Pferd pupst du nicht? Oh, was ist das? Ist das, wenn die Mucke kommt? Zwei Mucken übereinander. Zwei Musiken. Imagine. There's no heaven. Was sind das für Ideen, du Ketzer? Ach du Scheiße. Okay, komm. Wir schlachten alle ab. Das war ein recht schwieriges Publikum. Und hier, mein Herr, ein Autogramm. Ihr Junge, ich möchte, dass du mich zum Fälscher bringst. Moment mal, das ist der. Dieser Schwanzbruch hat meine Frau angemacht. Äh, Freunde. Oh. Ich brauche Ausdauer. Fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein. Mit nem Stock. Scheiße. Komm, normal. Bye. Ich bin Advang. Danke. Weitere China. Verena. Von ocurra. sentences ninety B Andrea. Untertitelung des ZDF, 2020